die sind freundlich mit denen kannst du es nicht aufnehmen jacks man merkt schon wir kennen uns gut aus mit der geografie irgendwo da in dem eck guten morgen heute sind wir wieder unterwegs mit einem kleinen jacksi sag mal guten morgen kleiner mann hier sind hier sind hier am illersbergsee und wir haben jetzt eine kleine schöne tour laufen viel wasser ist nicht mehr dran im illersbergsee aber wir wollen ja auch nicht baden gehen geht du kleiner ja da freut er sich der kleine so wir werden jetzt hier abbiegen nach rechts wir gehen gerade aus wir gehen gerade aus also wir gehen jetzt hier rechts da hat man eine sehr tolle sicht auf den vorigen see hier 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 fern Die sind freundlich. Mit denen kannst du es nicht aufnehmen, Jax. Ich will freundlich sein, aber das kannst du nicht. Da hinten ist Schloss Neuschwanstein, Schloss von Schwangau. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Könnte jetzt auch am Ufer lang gehen, aber ich weiß nicht. Gehen wir mal da zurück, wenn wir irgendwo rauskommen. Genau. Da gibt es auch so einen schmalen Weg, aber da sind wir schon mal lang gelaufen. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob wir da irgendwo gescheit rauskommen. Mit dem Checksee ist das eh ein bisschen blöd. Deswegen gehen wir diesmal wieder zurück und dafür hoch. Ja, ja. Hier habe ich gehofft, dass wir irgendwie rauskommen bei den Bärchen. Es fängt jetzt leicht an zu schneien. Ja, check. Schnee. Neee. Ja, ich weiß nicht mehr. Ehhh. 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 Ehh. Ja, ich weiß nicht mehr. Ehh. Wja, ich weiß nicht mehr. Da hab ich Lust auf Bratwüsen. Ja toll. So, wir werden jetzt hier nach rechts gehen. Man merkt schon, wir kennen uns gut aus mit der Geografie. Irgendwo dann in dem Eck. Hauptsache, wir finden auch nach Hause. Das Jerky geht weg, wie war mir sammelt beim Jax. Ich glaube, es ist nie zu groß. Röntgen schmutzig, bitte. Hier gehen wir jetzt links. Da müssen wir nicht auf der Straße laufen. Wir schauen jetzt mal hier lang. Jaxi, Jaxi, deiner Staubsauger. Da ist auch irgendein kleiner Weiher. Geht sie dort lang? Tja, ich hasse es, wenn Wege irgendwann enden. So, jetzt noch mal hier lang. Auf der Straße. Das ist ja nicht so ganz geheuer, gell? Ja. Das ist ja nicht so ganz geheuer, gell? Ja. Hübsch. Nein. In das Bergsee. Drei Kilometer. 40 Minuten. Es fängt jetzt aber mehr an zu schneiden. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Da vorne ist der Weg, wo wir am Anfang gestartet sind. Da sind wir reingegangen. Und jetzt sind wir gleich wieder am Parkplatz. So, wir sind jetzt 10,85 Kilometer gelaufen. Drei Stunden, sechs Minuten unterwegs waren wir. Und 14.729 Schritte. Jaxi ist verpackt, der kleine Mann. Und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Das ist doch eine schöne Winterwanderung. Beziehungsweise Herbstwinterwanderung. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abo und Like da lassen, nicht vergessen. Bye, bye. Tschüss. Ja. Wetter Augen. Schaut es jetzt nicht so aus, als ob es irgendwie weiter geht. Das war unsere erste Winterbergwanderung. Das war unsere erste Winterbergwanderung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war unsere Winterbergwanderung.